Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily mit der Nummer 991. Und nein, wir befinden uns nicht wirklich am Morgen. Es ist gerade eine Minute her, als dieses Apple-Event seine Tore geschlossen hat. Und ich bin absolut, ja, mindblowing. Geile Geschichte, was Apple da alles gezeigt hat. Natürlich noch ein bisschen gehypt. Das Ganze darf sich jetzt ein bisschen setzen lassen. Ich möchte euch ganz kurz über die Neuigkeiten, die Apple präsentiert hat, das Ganze anstreifen. Wir werden natürlich in der Geek Talk News-Folge, unserem Mutter-Format, was wir wöchentlich in der News-Folge machen, dann ein bisschen mehr auf die ganzen Details eingehen und schauen, was alles so bestellt wird und angeschaut wird und wo wir uns noch mehr einfressen möchten. Aber ja, ich bin, wie gesagt, ziemlich neben den Schuhen. Apple hat einiges gezeigt. Es ging Schlag auf Schlag. Innerhalb einer Stunde hat da Apple, also Apple CEO Tim und die ganzen anderen Mitarbeiter eines, ein Produkt nach dem anderen vorgestellt. Und ja, jetzt würde ich so sagen, gehen wir mal durch. Begonnen hat alles zuerst mit ein bisschen dem Thema Umwelt. Ganz wichtig für Apple, bis 2030 wird man mit der ganzen Geschichte, also vom Zulieferer über die eigenen Produktionen, Vertrieb, Verkauf etc. alles klimaneutral umsetzen können. Da dürfen sich viele, viele Firmen eine grosse Scheibe abschneiden. Weiter ging es dann mit der Apple Cards, der Kreditkarte von Apple, die in den Staaten gestartet ist oder war im letzten Jahr und eingeschlagen hat anscheinend ziemlich stark. Wird jetzt erweitert, um die Möglichkeit, dass man das Ganze auch in der Familie nutzen kann. Apple Family, also Apple Card Family nennt sich das Ganze. Sofern die Kinder über 13 Jahre sind, können sie darüber ihr Taschengeld ausgeben und sicher, ja, eben sicher ihr Geld ausgeben. Natürlich auch Apple Pay nutzen und solche Geschichten. Weiter ging es dann mit Apple Podcasts. Ich habe heute Nachmittag, oder besser gesagt morgen war es, noch einen Blogpost auf dem pocketbook.ch-Blog rausgeschmissen, wo es darum ging, um Apple Podcast Plus oder eben wie es heisst, Apple Podcast Subscriptions. Zum einen wurde die App überarbeitet von Apple. Werde ich mir so schnell wie möglich natürlich anschauen für den podcatcher.ch-Blog. Aber vor allem wurden Subscriptions eingebaut oder werden eingebaut. Ab kommenden Monaten soll das Ganze dann zur Verfügung stehen und man kann Podcaster unterstützen. Wie das Ganze funktionieren wird, werde ich mir noch genauer anschauen und euch dann sicherlich in einer der nächsten Folgen, aber oder auch in der News-Folge vom Geek Talk dann ein bisschen genauer erklären. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Weiter ging es dann ganz schnell mit einem neuen iPhone. Nein, nicht ein komplett neues. Das wie immer wahrscheinlich September, Oktober, in dem Dreh rum. Ein neues iPhone 12 Modell ist rausgekommen und zwar ist es diesmal ein iPhone 12 oder ein iPhone 12 Mini in der Farbe Purple. Würde ich mir ein neues iPhone kaufen, würde ich wahrscheinlich dieses wählen. How cool. Das schaut wirklich sexy aus. Not bad, not bad. Dann ging es weiter mit Apple TV. Da gibt es jetzt eine neue Apple TV 4K Edition. Die ist schneller, weil mit neuerem Prozessor ausgestattet, dem A12 Bionic ist da mit drin. Es kommt, was von einigen gewünscht wurde, eine neue Apple Fernbedienung. Die hat für WG Navigation ein Scroll Wheel, quasi um wieder mal zurück zum iPod, dem Original zu gehen, im Kreis bedienen. Der Siri-Knopf ist auf der Seite angelangt und man hat die Möglichkeit, seinen Fernseher zu kalibrieren. Und wie macht man das? Logischerweise mit dem dazu passenden iPhone. Einfach an den TV halten, den richtigen Menüpunkt auswählen logischerweise und die Messung beginnt. So bekommt ihr dann die ganzen Apple TV Serien und Filme auch in schöner Qualität geboten. Finde ich eine interessante Geschichte, dass man das eben so übers iPhone lösen kann mittlerweile und keine teuren Kalibrierungslösungen benötigt. Weiter ging es mit den schon lange in den Gerüchten herumgefleuchten Apple Air Tags. Ab sofort kann man das Find-Me-Ökosystem, was Apple vor kurzem geöffnet hat, wo zum einen Belkin, wer war da noch, irgendein Chipolo Tag und auch OneMove mit reingekommen sind. Und jetzt gibt es die Apple eigenen Tags. Die haben hinten drauf einen schönen Apfel in Silber und so weiter. Und die Vorderseite kann man individuell gestalten mit Emojis, irgendwelchen Buchstaben und sonst was. Und dann kann man sie befestigen an Rücksäcken, Key, wie heissen die Dinger, Schlüsselanhänger und all den möglichen Geschichten. Halt die Dinge, die man gerne mal irgendwie liegen lässt oder nicht weiss, wo man sie platziert hat. Und man kann sie nachher über die Find-My-App suchen. Und die App zeigt einem sogar an, ob man jetzt noch ein paar Schritte nach rechts oder links gehen muss und vor allem, wie viele Schritte das sind. Das Ganze wird euch dann in Gross auf dem Display angezeigt. Richtig cool umgesetzt, wie ich finde. Es gibt da auch Halterungen dafür von Erme. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Aber ansonsten gehen die ab 29 Währungseinheiten. Ich dachte, in Euro wären es 35 gewesen und im Vierer-Pack für 99. Und das Coolste daran ist ja, das Ganze ist eine End-zu-End-Verschlüsselung zu diesem Key. Und man kann eben nicht nur mit dem eigenen Smartphone suchen, weil wenn man es unterwegs verliert, ist das natürlich ein bisschen doof, wenn man nicht weiss, wo das passiert ist, wenn man da dann hinlaufen möchte. Das Ganze lässt sich über all die über eine Milliarde iDevices, also iPhone, iPads und auch Macs, die mobilen Rechner auffinden. Denn sobald die an einem Tag von euch vorbeilaufen, funkt das Ganze verschlüsselt und anonymisiert in eurer Richtung, dass das Gerät jetzt irgendwo beim Bäcker ums Eck liegt und solche Geschichten. Ganz, ganz coole Geschichte. Das werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen. Dann gab es neue iMacs. Und ich war mir bis zum Event nicht klar, ob das wirklich kommen wird oder nicht. Aber es ist jetzt da. Die neuen iMacs schauen ein bisschen aus wie grosse, also grosse 24 Zoll iPads. Und haben auch das, ja, von der Optik her unten mit der Halterung. Was aber, wenn man dann die ganzen iMacs vom ersten mit diesen Bäuchen, den wir früher auch mal hatten, über bis zum aktuellen sehen, sieht man schön, wie das Line-Up immer wieder mehr geschrumpft ist. Schaut extrem sexy aus. Dünn gibt es in zwei, vier, sechs, sieben Farben. Das Neutralste ist noch Silbern. Space Grey gibt es nicht. Dafür ein schönes Blau und Purple. Ein rot, ein lachsfarbenes, ein gelbes und was grünes ist mit dabei. Unglaubliche Geschwindigkeit ist da reingekommen. Und möglich hat das Ganze erst gemacht natürlich der M1-Chip. M1-Chip von Apple. Und der ist ein riesen Monster. Das zeigt sich da anhand von den Geschwindigkeiten. Ihr habt vier USB-C-Ports, wo vor allem zwei davon Thunderbolt-Ports sind. Also riesen Geschwindigkeiten. Das Kabel, was mit Strom da reingeht, hält magnetisch und wird durch die Lochgeschichte hintendurch eingeführt. Also wie man es von den Vorgängen her kennt. Und auch hier wieder extreme Geschwindigkeitsboost. Und ja, die Kamera, da soll Apple fleissig daran gearbeitet haben. Und dann kommen wir zu den Accessoires. Die Apple Magic Mouse ist zurück in den natürlich auch dazu passenden Farben. Das gleiche gilt auch für die Tastaturen. Denn da gibt es jetzt nämlich ein neues Modell. Abgerundete Ecken. Und das Geilste, wie ich finde, neben dem Emoji-Knopf, den ihr da drauf habt, also um die Emojis auszuholen, habt ihr auch Touch-ID endlich in einer mobilen Tastatur mit drin. Ihr könnt damit bezahlen, Logins machen etc. Ja, ich will einen neuen Rechner. Ich brauche dieses, ja, mein One-Passwort. Das würde mein Leben sowas von erleichtern mit diesem Touch-ID. Was haben wir auch noch? Natürlich Magic Trackpad in den entsprechenden Farben und auch grössere Tastaturen mit Nummernblock etc. All das gibt es. Und auch da ist Touch-ID mit integriert. Was gibt es zu dem Teil noch zu sagen? In Dollar bei 1.300 geht es irgendwo los. Genau, und die grösseren Modelle gehen bei 1.500 Währungseinheiten los. Also preislich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und zu guter Letzt gab es dann auch neue iPad Pros, die Apple vorgestellt hat. Das sind unglaublich geile Maschinen, wie ich finde. Da hat Apple auch den grossen Kampf ausgerufen und das iPad jetzt in eine andere Liga gehoben. Denn auch hier ist der M1-Chip mit integriert. Der sorgt nicht nur für Speed, der hilft auch, dass das neue, unglaublich farbenintensive und auch helle Display richtig leuchten kann. Also, das alles ist hier natürlich jetzt das, was Apple uns erzählt hat, wie das Ganze dann in den eigenen Tests abläuft. Das werden wir noch sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie bis zu 1600 Nits richtig, richtig helle Farben ausgeben können. Ihr habt da an Thunderbolt 4 Anschluss, womit ihr sogar grosse Displays mit bis zu 6K befeuern könnt. Wie geil ist das dann auf dem kleinen Formfaktor? Dazu kommt ein 5G-Modem, das da integriert ist, was euch ein sehr, sehr starkes und vor allem auch ein schnelles Internet unterwegs bietet und bis zu 2TB integrierten Speichern. Preislich geht das Ganze beim kleinen Modell bei 799 US-Dollar los und bei 1099 in der grösseren Version. Apple selber sagt, Our work is never finished, but we are proud of the progress we made. Also, ja, das kann man definitiv so umschreiben, würde ich doch sagen. Jetzt hat eigentlich nur noch die I-Hypothek gefehlt, dass man all die neuen Geräte sich auch leisten kann und muss oder will, wie auch immer. Das Schöne, die meisten Modelle oder einige der meisten Modelle können ab Freitag bestellt werden, teilweise auch erst ab dem 30. Viele der Geräte sind ab dem 30. dieses Monats dann auch schon, oder werden dann auch schon ausgeliefert. Die anderen, die erst ab dem 30. bestellt werden können, und da gehörte das iPad Pro, bin ich nicht ganz sicher, und der Mac dazu, also der iMac, die kommen dann Mitte des kommenden Monats, also relativ schnell schon auf den Markt. Ich freue mich da schon auf die ersten Testberichte darum, und jetzt gehe ich mich zuerst mal ein bisschen beruhigen, sammeln und komme wieder runter. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen gehypt. Eine coole, schnelle, heftige Keynote, die Apple da abgeliefert hat. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wenn alles klappt, hört ihr mich morgen früh schon wieder mit einer normalen Daily-Ausführung, und da dann vielleicht ein bisschen andere Themen noch als nur Apple. Das hatten wir ja jetzt hier. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.